Es ist eine Berliner Band und die hat auch in ihrer Heimatstadt auf unserer Städtetour das Rennen gemacht. Faces of Life! We're just going to give our best show that we can, you know, represent for Berlin City as well as ourselves, you know, and let God do the rest, really. I think that's a hammer. Also es ist so viel los hier, es ist Wahnsinn. Allein hier, bis wir hier waren, es hat bestimmt zwei, drei Stunden gedauert, es ist überall Stau, Menschen überall, es ist klasse, wir haben total Bock drauf. Also wir versuchen natürlich immer das Beste auf unseren Konzerten zu geben und haben immer Spaß zu spielen und egal von wie vielen Leuten, also es ist immer eine tolle Sache für uns und wir wollen den Leuten da immer eine gute Zeit geben. Aber natürlich ist hier das Ausmaß was ganz anderes und es ist schon was ganz besonderes dann vor tausenden von Leuten zu spielen überhaupt bei diesem Festival. Ich weiß nicht wie viele Leute hier insgesamt rumrennen, ich glaube 80.000 oder sowas. Das ist schon was ganz besonderes und natürlich was anderes als wenn wir irgendwie im kleinen Club vor 100 Leuten spielen. Lyrical content, no responses, admitting we all one, is a dangerous bridge, raggedy and full of hoes, mistreating your brother cause he got a different set of clothes, no mirror images and now we're a weirdo. The deeper the hole, the harder it is for us to get out of, the deeper foretold, the marter it is, the shame to be different, kids, 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 yeah. I think that everybody who came here tonight is very, very talented and very gifted. We're just thankful that the judges chose us to be one of the six, you know. So we're going to keep trying our best and, you know, put our faith in God and keep going. A definition of our music is groove music. And anybody who, uh, yeah, it's groove music. It's like, no matter what situation you're feeling in your head, if you want to dance hard or if you want to just chill or if you want to maybe, like, get a little freaky with your girlfriend and stuff like that, we got all that in one set. Spiritual times, unbelievable crimes, easily seen in the eyes of a child, living your life, animal wild, for a single huff in the green, Lyrical beams, bloodlines, as long as a stream, hocus-pocus, losing your focus, following spokesmen, banging them horns like Trojans. Also in erster Linie für mich zum guten Festival gehört einfach ein geiles Line-Up, was es hier bei Rock am Ring zum Beispiel auch gibt. Also die ganzen Bands, die spielen, sind der Hammer und, ja, ist toll die Möglichkeit zu haben, das so live zu sehen, so viele gute Bands auf einem Haufen. Applaus für Face of Life! Auch ihr seid dabei, freut euch auf Meld auf Hurricane! Also für 2009 oder für jetzt haben wir uns vorgenommen, weiter am Ball zu bleiben, so viel zu machen wie möglich. Hoffentlich ja hier bei der Coke Soundwave Competition so weit zu kommen wie möglich. Und arbeiten gerade an unserem ersten Album, was wir hoffentlich 2009 noch releasen werden. Jeff, das war mit 4 Kliener, der dem Und wir haben uns bei 4 Kliener, wenn uns das jetzt bereits würdeln. Und wir haben uns daraufhin schon wieder einmal zu kommen. Wir haben uns in den ersten Album, was wir gleich hier auf uns auslöpren, Und wir haben uns auf dieartige Zeit, um die Was wir natürlich hier auf und wir in den ersten Album kommen. Und wir haben uns hier auf die Welt, was wir natürlich hier auf die Welt. Und wir haben uns über die Welt, was wir hier auf den 1st.